Das Head-Up-Display wird ausgefahren, sobald der Motor angelassen wird und wieder in Ruhelage zurückgefahren, wenn der Motor abgestellt wird. Das Head-Up-Display projiziert ein hochauflösendes Bild in einem gefühlten Abstand von zwei Metern direkt in das Blickfeld des Fahrers. Ohne den Blick von der Strasse nehmen zu müssen, hat der Fahrer alle wichtigen Informationen im Blick, wie zum Beispiel die aktuelle Geschwindigkeit, die Navigation und weitere Fahrassistenzsysteme. Die Darstellung besteht ergonomisch einfach und intuitiv nur aus Ziffern und Piktogrammen. Die Display-Neigung ist über das Multifunktions-Display einstellbar. Untertitelung des ZDF, 2020